Hier sind wir anscheinend rein. Au! Quest abgeschlossen. Warum sollten wir das Ding einfach nur öffnen? Hä? Muss man nicht verstehen? Alles super würde ich sagen. Aber hier fehlen wir doch bestimmt wieder. Alter! Portemonnaies, Mann! 100$! 100$! 100$! Oh ne! Ausweis! Ausweis! Nummer 22! Wie, Ausweis? Warte, ich komme. Ah, hier ist ein Ausweis. Ach, da ist er drin. Das war's jetzt, oder was? Es scheint so. Bei mir ist jetzt nichts mehr, das ist vorbei. Quests abgeschlossen. Jetzt haben wir noch die ganzen anderen Quests, die wieder in den Dings sind. Ja, stimmt. Ist wirklich weg. Na, weiß ich nicht, was der mir angezeigt hat. Hängen die Poster an verschiedenen Orten in der Stadt auf? Das habe ich auch gerade gesehen. Gab, woanders. Da, genau. Na, aber bei mir wird nichts angezeigt. Bei dir? Details. Ja, wir müssen dafür auf jeden Fall erstmal wieder zurück, weil das ist ja jetzt wieder im Dschungel. Ja. Heißt, wir dürfen jetzt wieder in den Dschungel gehen und der Dschungel war zu den Slums. War das zu den Slums? Nee, die Slums war ja die Stadt. Wir brauchen erstmal auf alle Fälle eine Schnellreisefunktion. Arena Lobby, Portal. Was für ein Portal? Schnellreise ist hier hinten. Ich folge dir. Ist es zu weit weg? Na, geht eigentlich. 200 Meter. Ja, ich bin einfach in den Pool gesprungen. Guck mal mir lang. Ups. Wo war das denn? Ah! Hilfe! Ah! Ah! Renn einfach vorbei. Okay. Wo bist du? Wo bist du hin? Hier. Wir haben fast keine Ausdauer mehr. Hinter mir ist schon wieder irgendwas. Irgendwas sekelhaftes. Naja, die sind hier überall. Sind sie ganz in den Büschen oder was? Ah! Gut scheiß Dreck, Kaffee ist alles voll. Da bist du! Oh, hinter dir steht da irgendwas. Jetzt ist er hinter mir her, weil ich keine Auswahl mehr habe. Geil! Ah! Geh weg! Oh, ein Arschloch. Oh, jetzt ist die Schnellreise. Ist die gleich da? Was steht der da eigentlich auf? Bleib liegen! Penner! Hey, ist ja schon mal aufgefallen bei der neue Machete, dass auch so ein Sägeblatt oben dran ist. Ja. Richtig cool. Du hast doch mal diesen langweiligen Weg gehen musst, ey. Der ist voll interessant. Wo ist der denn bitte interessant? Richtig interessant ist der. So! Nee, gar nicht. Mal so überhaupt null. Ach so, das ist ja ohne. Überleg doch mal. Sag mal, hast du nicht gesagt, deine Machete ist kaputt? Warum repartiert? Wäre die Idee, ich repare die mal. Soll ich glaube ich allgemein mal wieder Waffenreparatur betreiben. Ja, stimmt. Das sieht mir nicht so ganz pralle aus von mir. Hast du recht. Und auch ein Energy, den man sich hier reinpfeifen kann. Alles toppy. So. Reparieren. Was haben wir denn hier? Das Ding wird erstmal repariert. Ich glaube, das rüst ich einfach mal auf, weil das übel geil ist. Alter, ich habe aber 22.000 Dollar. Weißt du, dass einfach in diesem Spiel Geld noch eine Rolle spielt, ne? Ja. Ist der Hammer, oder? Mhm. Ich warte auf dich. Alles klar. Ich habe uns bei der Kirche hin teleportiert. Alter. Was spielt das denn nicht überhaupt? Äh, wir haben, äh, 11.46 Uhr. Okay. Okay. Ich glaube, das upgrade ich nochmal eben. Weil, äh, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann sollte man das Ganze auch nutzen, weil die Affe ist schon ganz schön stark, muss ich erstmal sagen. Ja, die ist schon nicht schlecht, die macht ja. So, jetzt habe ich, oh, das Ding habe ich jetzt sehr wunderbar. Ja, so, jetzt muss ich da hochlatschen. Komm ran hier. Nööö. Ach, das reicht, wenn du da jetzt einfach drauf drückst. Bidaaa. Ja, der Ine. Oh, ein Wissen weg. Ja. Ich hoffe, dass wenigstens in der Stadt die Dinger angezeigt werden, wo man die Plakate anhängen soll. Ja, bestimmt. Und so rastig hier aus. Warum Morris Bay nicht der Dschungel? Nee, nee. Moosby ist die Stadt. Och nö, ich hasse Stadt. Neue Quests, alles klar. Alles klar. Warten. Es kommt tausend neue Quests oder was? Der hier will auch schon wieder irgendwas von uns. Und noch eine neue Quest, alles klar. Mann, 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 Mann. Ich habe nur einen Schaden. Die Waffe jetzt eigentlich. Ich hätte doch 13.000, das ist ja mit dir nicht richtig. Yo. 507 plus 398. Alter. So, komm, Digga. Ja, ich bin unterwegs. Da geht's durch die Stadt. Die gute alte Stadt. Och nö. Ne, eine Stadt brauchen wir eigentlich bloß nicht in eine Quarantänezone. Ja, sonst ist eigentlich... Sonst sieht's eigentlich, sag ich mal. Gibt's Schlimmeret. Nee, diese fetten Menschen, die auf einen zugelaufen kommen, sind echt scheiße. Ach so, die in eine Zwangsjagd-Gemäße. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich mache aber 1600 Schaden. Richtig geil, ja? Ja. Ja. So. Ja. So. Und wieder. Wo bist du denn jetzt? Ich hab ne brennende Gestalten hinter mir gesehen. Hehehe. Eine brennende Gestalt. Die menschliche Fackel ist das gewesen. Ah, diese Stelle hier kenn ich, die sind ja mehrfach gestorben. Ach, die suchen sie. Ach so, okay. Das sind die Plakate. Ja. Ernsthaft? Ja. Hast du dir ja jetzt angebracht, oder was? Das war damals, glaube ich, als wir die Quest angenommen haben. Möchte ich meinen. Ich möchte... Möchte meinen, dass das so war. Yo, boxt mich einfach. Yo. Wahrscheinlich. Was willst du eigentlich schon wieder, hä? Stress mal nicht so rum. Bleib mal ganz geschmeidig. Bleib geschmeidig, mein Junge. I come to you. I come to you. Oh, guck mal nicht irgendwie mit heal. Ja, so ein Ding. Oh. Oh, ich hab' mich nicht gesetzt. Ich hab' mich gesetzt. Hehehe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alle, hier ist alles voll und du lässt mich hier alleine. Ja. Was stimmt der nicht mit dir? Ich hab' keine Aufnahme. Oh, oh. Ich hab' immer so. Was soll ich denn sagen? Y, J, wie ging denn das? Was war das? Was war das? Also, was war das? Also, bei mir ist es auf B, wenn ich B drückt habe. Wenn man sich auf J oder so, nee, auf Z, nee, auf was war das? Keine Ahnung. Das vergessen wir halt immer wieder, ne? Oh, bei mir klingelt. Es darf hier nicht klingeln. Dann muss ich mich kurz mal verziehen. Dann muss ich mich kurz mal verziehen. Ich komm wieder. Was? Jetzt muss ich ihn ja noch beschützen. Leute! Nein! Hallo! Hallo! Hi! Alles klar? Oh, Mann! Oh, Mann! Zitronensaft! Leute! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Seht ihr Leute hier, wie der Pro hier euch in den Stich lässt? Ich bin da. Also, ne? Ja, Post, was soll ich machen, Digga? Post, Frau. Auf jeden Fall, ich hab das Ding gerade eingesetzt. Ich weiß trotzdem nicht mehr, auf welche Taste das war. Nö, auch nicht schlecht. So, Poster mal anbringen hier an die Höhle. Da hinten ist nur eine Quest. Ach Mann, Mann, Mann. Der kommt zu den Stinkebolzen. Ganz ehrlich, ich glaub, zu dieser Quest will ich nicht laufen. Da stinkt das so komisch. Ich hab halt wirklich aber viel zu wenig Ausdauer. Äh, ich finde, wir haben zu wenig Energie. Ich rette dich. Er hat mich geheilt. Yeah! Wie war denn nochmal heilen? Muss doch bei mir auch irgendwie sein, weil wir mal kurz gucken. Auf H. Ja! Also bei dir schon der... Ja, aber... Ja, aber... Du machst das langweilig. Das ist doch nicht langweilig. Natürlich! Ach! Graserei... Objekte... Ablegen... Umsetzen... Rennen... Inventar... Steht nix. Recht gehabt. Ach, das ist doch scheiße. Hey, hier ist ne Toilette. Willste haben? Nee. Nicht? Ich muss bestimmt extra bestimmt im Inventar reinigen und dann kann ich erst das auswählen. Das ist schlecht, würde ich sagen. Das ist richtig scheiße. Hi, was willst du denn? Moin! Ist denn hier ein bisschen warm? Mein Junge? Kurze Hose, aber dicke Polo... äh, dicke Jacke an. Irgendwas hat mich gehauen. Ja, hab ich gesehen. Die alte Oma. Schöne Oma. So. Ich hab ne Klammer gefunden. Für alle Omis da draußen, kommt mir nicht zu nahe. Der Bad Boy ist am Start. Muss ich euch... Muss ich euch killen. Ich weiß auch ja nicht, wir sind hier im Urlaubsort, ja? Und warum haben die so dicke Jacken an? Ernsthaft? Ja. Ist ja der Hammer. Kann man eigentlich das hier auch kaputt machen? Kopfloser Strafvollzug. Herausforderung beendet. Jaaa! Geil. Warum leuchten eigentlich immer die, ähm, die Dinger hier oben? Siehst du das? Begreif ich selbst nicht. Kann man da irgendwas anschalten? Nee. Hier ist auf alle Fälle ein Schläger. Passwilz! Aaaaah! Ich bin tot! Lauf zu mir! Drück F! Lauf zu mir! Achso, du kannst aber dir irgendwas anderes drücken. Naja, bei mir wird nicht mal irgendwas angezeigt. Aaaaah! Aaaaah! Bei mir wird nicht mal... Aaaaah! Heißt du, ich komm hier an und bin direkt tot. Och neee! Och neee! Ah! Dann kriegst du gleich wieder ihn, ne? Mit was denn? Ohne Arme? Mit seinem Arm. Oh, der hat einen... Hier, guck mal, der hat einen Breakdance gemacht, der Junge. Was ist hier gut drauf? Was ist denn ein Hippiefratzer war das? Nö, so ein Schwarzer. Boah! Jetzt geht's aber schon wieder los hier, ne? Du alter Rassist-Craw! Boah! Du bist wie ein Rassist! Mir doch Latte! Keine Aussagen! Du alte Krähe, du! Ohhhh! Alter! Alter! Was geht denn hier? Was ist denn hier los? Wollen die mich verarschen oder was? Oh, ich wurde aber weggebolzt. Ja, ich seh's schon. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Seit wann sind denn so viele immer hier, ey? Das ist doch der Hammer. So, ihr wolltet ja nicht anders, ne? Ja, jetzt hat er wieder seinen Modus, ey. Rage on, Digge! So. Ich weiß ja nicht, wie viele Plakate wir noch aufhängen sollen. Ich folge dir einfach. Ja, bleibt der Hundestand nicht üblich, ne? Ja. Das kommt nicht hin. Hier ist aber zum Aufknacken, Dietrich. Alles klar, hier bitteschön. Oh, ist leer. Ist leer? Ja. Warum haben wir nicht gleich die Plakate aufgehangen, wenn wir hier schon unterwegs waren? Das ist ne gute Frage. Ah, ist alles scheiße. Hi, du komischer stinkender Typ. Mit so ner Freitag gedretzeltem Maske. Ja, die ist Eishockey-Maske. Ja. Alter! Du bist tot. Meiner hustet. Ich drück schon wieder H. Ich muss mich schon wieder heilen. Oh, schon wieder einen Schuss gesetzt. Soll ich noch einen schießen? Ich hab keinen mehr. Gönn dir, gönn dir. Ich hab keinen mehr! Komisch, bei mir wird Alkohol als Medikit angezeigt. Das ist total unlustig. Hi! Alkohol ist doch für mich kein Medikit. Dutz, 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 dutz. Ich trinke erstmal ne Runde. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr antun. Ich muss erstmal was trinken. Weißt du, wir sind so oft bei Händlern hier, ne? Wir verkaufen die ganzen Sachen. Warum kaufen wir uns eigentlich mal Medikits? Ich glaub, die gab's da. Echt? Warum sind hier so viele Toiletten? Hm. Anything useful? Die liegen halt überall Toiletten. 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 WCs. WCs. So. Ach, hallo. Hallo. Einen wunderschönen... W�